So, Klappe und Hallo für euch, das wird jetzt ein Filmbrief für dich, lieber Helge Schneider. Momentisch, aber eigentlich, Momentisch, diese Gitarre habe ich mir, ich bin ja der Mann, der Knuckscher, diese Gitarre hat mein Nachbar weggeworfen und ich habe sie mir geschnappt, ich habe sie ein bisschen bunt gemacht. So, ah ja, ich wollte dir eigentlich Helge Schneider, ich mag ja deine Kunst so gern, du bist ein wundervoller Musiker und deine verrückten Filme liebe ich sehr. Momentisch, ich bin ja der Maler Knucks, wie ich sage, das Bild, das ist gar nicht Arbeit gemacht, aber das auch. Schau, ich habe da einen Film, ich habe dich da, ja, ich habe dich als Monster so, ja, und zwar habe ich das entdeckt, in Gesprächen mit deinem Freund, mit dem, na, ach jetzt, was ihr Name nicht macht, jedenfalls, das finde ich ja schon geil, der Herse, der will, ja, das ist Acryl auf Karton, ein altes, äh, alter Karton, den muss ich jetzt irgendwie, ja, da muss ich weiter malen, ich bin ja so ein realistischer, ich bin ja auch ein realistischer Maler, also ja, da muss ich den Wassentropfen, Mutterkohl und Struktur, und das natürlich auch alles irgendwie, äh, das dich als Monster, so, ich erlaub mir, dich zu duzen, also, Helge, Gel, und jetzt sind es Zeiten des Corona, ja, genau, Corona.